Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Shelia und wir sind in der Videoserie zum Thema Zielgruppe und Positionierung. Und in dem heutigen Video möchte ich mit denjenigen Personen sprechen, die sich nicht so gern einengen lassen möchten. Entweder weil sie vielseitig interessiert und viele Begabungen haben und nicht unbedingt nur mit einer Zielgruppe oder mit einem Expertengebiet arbeiten möchten, aber auch für diejenigen Personen, die sehr viele Jahre auf dem Markt sind. Ich höre das häufig von Trainern und über die Zeit haben sich mehrere Angebote angesammelt. Und sie haben das Gefühl, sie möchten fokussieren. Und ich möchte kurz darauf eingehen, über das Thema möchte und muss. Wenn man das Gefühl hat, ich möchte mich ein bisschen enger machen, mit weniger Zielgruppen, mit weniger Angeboten, kann das durchaus positiv sein. Du freust dich auf diese Aufgabe. Und bei anderen von euch, ihr habt gehört, ein Gerücht auf dem Markt, dass ihr einengen müsst. Sonst, wenn ihr das nicht tun könntet ihr nicht erfolgreich sein. Ja, ich möchte eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die verdeutlicht, dass das nicht ganz so stimmt. Es gibt sowieso nie eine einzige Wahrheit, weder im Business noch im Marketing, wahrscheinlich noch sonst noch in der Welt. Und ich möchte einfach eine andere Wahrheit schildern. Ich habe 14 Jahre lang gearbeitet im Online-Marketing und war als strategische Planerin und Konzeptionerin tätig. Und im Jahr 2001 bin ich in einer Agentur in München gewechselt, wo wir einen Hauptkunde gerade gewonnen hatten. Einen Tagkunde würde man das nennen. Das ist ein Kunde, den man über mehrere Bereiche hinweg betreut, die größere Umsätze in die Agentur reinbringen. Es war eine Spirituosenfirma, die ich an dieser Stelle nicht nennen werde, aber vielleicht kommst du darauf im Laufe der Erzählungen eventuell. Und zwar, diese Kunde, eine sehr bekannte Marke weltweit mittlerweile, hat in den 90er Jahren festgestellt, in einer Konsumentenforschung, dass ihre Zielgruppe älter geworden ist. Also tatsächlich war ihr Produkt sehr beliebt bei 70-jährigen, 80-jährigen Menschen, also die Leute, die im Rentnerbereich eben kategorisiert werden konnten. Und die waren eine stabile und gute Kundengruppe, aber die Marke hat für sich erkannt, dass das so nicht weitergeht. Sie werden einfach nicht so lange leben mehr, diese Zielgruppe. Sie müssen jüngere Zielgruppen erschließen. Und sie können natürlich nur dort beginnen, wo man beginnen darf, auch zu trinken. Und deswegen haben sie die Leute ab 21 Jahren im Visier gehabt. Und sie wollten zwei neue Zielgruppen erschließen mit Marketingaktivitäten. Und zwar die ganz Jungen, die gerade begonnen, dürfen trinken, Spirituosen trinken und dann auch die etwas älteren, 30er Jahre mit Familien und so weiter. Und sie wollten dabei ihre bestehenden Stammkunden nicht verlieren und haben eine breit angelegte Targeted Marketing Kampagne deshalb entwickelt. Und jetzt werde ich gleich erzählen, was das bedeutet. Targeted Marketing ist, wenn du ein Segment, ein Kundensegment aussuchst, wenn du eruierst, wo befinden sich diese Menschen, mit welchen Kanälen erreiche ich sie, beispielsweise Fernseher und Internet für diese junge Zielgruppe, und was interessiert sie. Und wo ist die Überschneidung zwischen dem, was das Produkt anzubieten hat, was die Marke anzubieten hat, mit dem, mit dem Interesse der Zielgruppe, wo ist die Überschneidung, um diese Relevanz hinzubekommen. Und du entwickelst dann Kampagnen, gehst dorthin, wo diese Personen sind und du gibst denen das, was sie brauchen, das, was sie wollen. Und so hat es diese Spirituosen-Marke auch gemacht. Sie haben zum Beispiel eruiert, dass junge Menschen gerne in Clubs und in Discos und in coole Wäcke-Locations unterwegs sind. Und die haben ihre ganze Marketing-Kampagne, jedenfalls in Deutschland, darauf ausgelegt, dass man diese Bars und coole Locations abbildet in den Fernsehsendungen mit zwei Hauptdarsteller, die immer wieder aufgetreten sind. Sie haben auch herausgefunden, dass diese jüngeren Leute sehr gerne Musik lieben. Und sie haben begonnen, eine breit angelegte Musik-Sponsoring zu betreiben und haben irgendwann mal eine eigene Rock-Serie aufgebaut, was sie alleinstellig als Marke gesponsert haben. Sie haben herausgefunden, dass die jüngeren Leute eher mit 30 oder Anfang 40 in Familien eingebunden sind. Und dass bei denen es eigentlich eher darum geht, dass sie in lokalen Sportvereinen und Organisationen unterwegs sind. Und sie haben dort begonnen, Sponsoring zu betreiben. Dann haben sie natürlich über die Ländergrenzen hinweg geschaut und geguckt, hey, in Deutschland ist es anders als in Italien, ist es anders als es in den USA ist. Und in den USA kriegen wir vor allem die jüngeren Leute, indem wir auf die Universitätscampus gehen. Und das haben sie gemacht. Sie haben dort begonnen, ganz großartige Marketingaktivitäten dort zu machen. In Australien eher Beach- und Strandthemen, in Italien eher Romantik mit jungen Paaren. Also, was ich sagen will, ist ganz klar, sie haben andere Dinge sein wollen für andere Zielgruppen, um sie anzusprechen. Und sie haben sich einfach entschieden, wir dürfen als Marke mehr als nur ein Bild nach außen geben. Wir müssen nur aufpassen, dass sie sich nicht vergrätschen und überschneiden. Und das schaffen wir durch dieses Targeted Marketing, indem wir dorthin gehen. So, das ist ein Riesenerfolg gewesen. Sie haben ihre Marktanteile extrem vergrößert und wurden weltweit noch populärer und noch erfolgreicher. Und die haben keine der älteren Zielgruppen verloren, die haben neue hinzugewonnen. Was könnte das für dich bedeuten? Das weiß ich, die Erkenntnisse daraus müsst ihr für dich auf dein Geschäft übertragen. Was ich allerdings sagen möchte dazu, ist, es ist eine Frage der Zeit, der Ressourcen und der Energie, die du darauf anwenden kannst. Ich erkläre dir, wie wir aufgestellt worden sind. Wir waren ein Team von verschiedenen Agenturen. Wir waren ein Internet-Agentur, wir waren ein PR-Agentur, wir waren ein Event-Agentur. Wir waren ein Agentur, die sich mit Fernsehwerbung beschäftigt hat. Und bei dem spirituosen Hersteller war das Team auch aufgeteilt, eben nach diesen Zielgruppen. Es gab ein Event-Team, die sich mit diesen Musikthemen beschäftigt haben. Es gab ein anderes Team, was sich mit diesen lokalen Sportaktivitäten beschäftigt hat. Es gab ein Team, was sich mit dem Kiosk-Geschäft, mit den älteren Menschen beschäftigt hat. Und überhaupt die internationalen Teams. Das macht für eine globale Marke natürlich Sinn. Sie haben ein Budget für solche Teams und Agenturen. Aber wie sieht es bei dir aus als Solo- oder Einzelunternehmer? Und da kommen wir eben an den Punkt. Denn es ist nicht so, dass der Markt unbedingt verlangt, dass du dich einengst. Du darfst schon verschiedene Dinge für verschiedene Personen sein. Und es gibt verschiedene Marketingstrategien, wie du das erreichen kannst. Das Problem kommt häufig eher in der Tatsache, dass du nur eine Person bist oder ein nur kleines Team hast. Und dass du nur begrenzte Energien und Ressourcen zur Verfügung hast. Und die Einhängung kommt häufig auch dadurch, dass, wie du Energie fokussierst auf ein Projekt, desto mehr kannst du seine Effektivität steuern und zu deinem Erfolg führen. Und je dünner deine Energie über verschiedene Baustellen und Projekte aufgeteilt ist, desto weniger kann es greifen auf dem Markt. Weil es einfach, ja, so wie der Energie dünn aufgeteilt wird, so wird der Erfolg dünn aus dem anderen Ende aussehen. So, meine Frage an dich heute ist, wie schaut es bei dir aus? Wenn du verschiedene Dinge für verschiedene Zielgruppen sein möchtest, das ist total in Ordnung. Aber wo ist deine persönliche Ressourcen, Energie, Zeit, Budgetgrenze? Wo ist der Punkt erreicht, wo du dich zu dünn verteilst in dem Markt, sodass die Wirkung, die du erzeugen möchtest über Zeit, nicht so hinkommt? Das ist die wirklich wichtige Frage, finde ich. Ich bin gespannt auf deine Sichtweise, deine Kommentare dazu und zu hören, ob dieser Impuls ein Licht für dich im Kopf, im Herz, im Hirn aufgemacht hat oder ob du das ganz anders siehst. Also wir dürfen natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich freue mich auf deine Feedback- und Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!